Der der auf dem Dach ist, ist richtig gut. Den hast du links auf dem Dach gesehen, ne? Ja, ja. Ach, da geht's noch weiter. Ich guck die ganze Zeit links. Da, wo der anderen vor den Fenstern rum haben wird. Ja, genau. Aber ein Stück weiter rechts geht's weiter. Warum? Da ist nichts mehr. Ach, die sind looten. Wie die sind looten? Ja, die bringen doch immer die Leute um. Da müssen die ja gelootet werden. Wahrscheinlich. Was meinst du, was die da oben an Wummen haben und alles? Ja. Könnte ich mir doch vorstellen, dass es noch sogar 2 oder 4 sind. Ja, die sich da verbarrikadiert haben. Ja. Obwohl, der hat eine M4, ne? Die Automatik. Da können wir nicht mit... Was ist denn mit dem Busch hier? Ne, ist schon gut. Das Gebüsch, das stellt sich ja wieder hin. Dann muss ich ein Stück nach vorne kriechen, dann liegt das wieder. Das ist das A und O, diese Sachen, so Sachen beobachten. Was da passiert, aber da war jetzt die letzten paar Minuten keiner mehr zu sehen am Fenster. Ob die weitergegangen sind? Wir erledigen die Gegner ja aus der Distanz. Heißt, die müssen dann ein Stück laufen. Dass sie looten können. Und dann halt looten. Zurücklaufen. Ob die jetzt da oben alle wachten haben? Ob die jetzt warten da oben, oder? Ich könnte ein Gebüscher entweder. Der auf dem Dach, der hat sich jetzt auch nicht mehr blicken lassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Letzter Zeit ist nichts mehr passiert. Ich will aber auch nicht unbedingt hier weggehen. Hier kann man jetzt super auf das Haus gucken. Das Problem. Weil hinter uns scheint ein Clear zu sein. Die haben aber auch keine Bedingungen, dass wir hier hinten warten. Das haben wir nicht gesehen haben. Nee, die haben uns noch nicht gesehen. Das hätten die uns, glaube ich, schon kalt gemacht. Versucht. Oh, mir geht die Pumpe. Er legt mich im Arsch. Wenn du überdenkst, danach ist es zu Ende. Danach bist du tot. Dann geht es nicht weiter. Dann bist du neustach. Ist es nichts mit Respawn oder so ein Krempel? Ich glaube, die sind nicht mehr da. Die sich über einen anderen Punkt gesucht haben. Ja, ob die... Wenn die jetzt nach Süden abgedampft sind, dann hätten wir hier... Ich beobachte mal das Haus noch so ein bisschen mit hier. Anscheinend ist das ja ziemlich beliebt, Dana. Ja. Wenn du gesehen hast, was der da eben alles umgebracht hat. Rennt der da unten vor dem Haus rein? Ja. Nee, das ist... Scheiße. Nee, nee, das ist es nicht. Scheiße, wir sind auch nicht gut gegangen. Um hier quasi jetzt querfeld einzukrabbeln. Das ist ja auch das Problem. Einzige, was wir noch probieren könnten, wäre hier links durch das Feld und dann eventuell hin an die Fabrik. Die sind noch da. Das ist auch ne Idee, ja. Die sind noch da, die sind noch da. Ja, hast du sie gesehen? Ja, die sind ja Schüsse. Hab ich aber noch nichts von gehört. Ich hab grad Schüsse gehört. Was ich nicht. Ach, jetzt hab ich einen gehört. Ob die weitergegangen sind. Hier ist keiner mehr. Ja. Entweder nach dem Süden durch das Feld. Da sind sie. In dem anderen Haus. Ähm. Eins, zwei Häuser rechts neben dem anderen. Auch mit den Glasdingern. Hab ich grad einen Kopf gesehen. Gradzahl? In meiner Position aus 245 ungefähr. Oder fast genau 245. Ah, okay. Ich hab's gefunden. Also wenn die da in dem Haus sind. Von da. Ja, warte. Wenn die die Häuser durchluten hier. Vielleicht kommen die nachher. Verschwinden die über die Wiese hier. Dann haben wir sie. Natürlich sein. Falls sie die wirklich nur durchluten. Ist die auch in das. Ganz. Äh. In das Haus. Rechts daneben noch. Da ist einer. Der ist mein Zombie. Kommt nur. Ne, das ist ein Spieler. Soll ich ihn holen? Wen? Der Spieler, der da unten rumzingelt. Manchmal. Das ist wo 50. Wo fährt. Da steht der im Gebüsch. Man sieht nur noch den Rucksack. Da ist das Gebüsch. Der Baum. Ja. Genau. Daneben ist ein. Ist ein Gebüsch. Und da sieht man unten am. Am Feldrand. Sowas schwarz ist. Das ist der Rucksack. Ei. Pass auf. Der bewegt sich gleich nochmal. Hoffe ich. Der hat sich denke ich mal vor dem Hubschrauber versteckt. Das denke ich wohl auch. Ja da kommt er zurück. Keine. Füße auf die Hubschrauber. Oh. Der Hubschrauber. Landet der da hinten? Was staubt denn da hinten so? Da ist doch eindeutig Staub. Oder Rauch. Da stimmt. Der landet aber nicht. Der ist ja durchgeflogen. Der Rauchfond kommt von dem Geschäftsgebäude. Ja. Ja. Der hat eine Rauchgranate gewesen. Ja glaube ich auch. Was haben wir jetzt? Ja. Ah ok. Ein Leck. Ich hab grad voll die Frame-Einbrüche ey. Hatte ich auch schon eben. Ah jetzt geht's wieder. Da sind die sich da voll am Bekriegen ey. Wir beobachten lassen Popcorn. Da er bewegt sich wieder siehste. Ja. Komm bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen. Bleib stehen. Fuck. Ich frag mich wo er hin ist. Garantiert ein Stück zurückgekrabbelt sein. Er sucht sich jetzt bestimmt andere Positionen. Da ist er wieder. Er schießt. Ja hoff nicht. Komm hinter den Baum. Aber wenn das so einfach wäre. Komm halt einfach zurück. Wie hat der uns gesehen? Tod. Ich hab ihn. Jawohl. Hat er dich getroffen? Nein. Alter jetzt häng ich hier in nem Baum ey. So pass auf. Positionswechsel. Ja. Ich würd mal gern hier aus dem Baum rauskommen. Ah. Du bist nicht im Baum. Du bist bei mir auf dem Feld. Woll. Geht wieder? Ja. Okay wenn der Leute, wenn der Bekannte hatte. Bekannte. Werden die Jagd auf uns machen. Deswegen beobachte er noch die Gegend so ein bisschen. Wobei das war dieser H2O. Der ist eben auch schon gestorben als die anderen geschossen haben. Na wie ist der? Wer hat der denn so schnell wieder Loot bekommen? Sofort. Was? Ja das findest du auf der Map hier sofort. Wenn du vernünftig gespawnd wirst. Okay. Er hat uns auf jeden Fall gesehen. Heißt also dass wir. Eigentlich müssten wir jetzt einen kompletten Positionswechsel machen. Woanders hin. Können mal durchs Feld gehen. Na gehen ist so ne Sache ne. Ja. Dann komm dann abmachen. Krabbeln mal durchs Feld. Rabben. Ne das ist nicht gut wenn wir krabbeln. Warum nicht? Nehmen wir die Orientierung. Ich bin auf. Third Person. Ah stimmt. Gucken ob wir auf das Fabrikgebäude kommen da vorne. Das sieht man gar nicht ey.